Wieso hat mir bisher keiner gesagt, dass dieses Land das drittgrößte Land der Welt ist? Heute mischen wir wieder das nächste Land für unsere Weltkarte und anschließend malen wir das passende Land mit der entstandenen Farbe aus. Welche Farbe wird am Ende entstehen, wenn wir die Farben dieser Flagge miteinander vermischen? Wir geben euch wie in jedem anderen Mischvideo einige Tipps. Es ist ein aufgehelltes, blattes Violett entstanden und wirklich alle kennen diesen Ralfarbton. Pastellviolett! Zuerst haben wir die Umrisse mit einem Klebeband isoliert und anschließend die Fläche mit der entstandenen Farbe ausgemalt. Was meint ihr, um welches Land handelt es sich wohl? Das Land ist für seine unbegrenzten Möglichkeiten bekannt. Außerdem wurde dieses Land ausgewählt, weil viele in den Kommentaren sich das gewünscht haben. Wenn du mitentscheiden willst, welches Land wir als nächstes nehmen sollen, dann kommentiere jetzt deinen Ländervorschlag. Außerdem bedanken wir uns bei jedem Abonnenten, der unsere Videos liked und kommentiert. Das schätzen wir sehr und ihr seid einfach die beste Community. Welches Land als nächstes?